Vor vielen, vielen Jahren, als die Wälder tiefer und die Hänge der Sichel noch düsterer waren, stritt ein mutiger Retter gegen die Schrecken, die über das Land kamen. Er hieß Bergott von Schwarzenfels. Mit der gewaltigen grauen Lanze von Schwarzenfels bezwang er die Goblins wie Orken, den Menschenfresser von Barken, wie auch den Roten Wolf. Dann aber kam ein Drache, der Bergott seine Feste, seine Rinder und sein Land neidete. Manch Ritter verlor sein Leben gegen das braun-grün geschubbte Ungeheuer. Bis in den Burghof, der feste Schwarzenfels drang der Drache, wo ihm sich der edle Bergott entgegenstellte. Ein Stoß der grauen Lanze spaltete des Drachen Mut bis auf die Knochen. Dennoch verschlang das Ungetüm den Rittersmann. Die Lanze jedoch, die Bergott führte, verwahrte der Drache in den Tiefen seines Horns. Und bis heute soll er sich vor ihrer Schärfe fürchten, zeigte der Ritter doch, dass auch Drachen noten lassen, so man ihnen mit Mut entgegentritt. Nach dem großen Tournai zu Dergelheim seid ihr aufgebrochen. Noch während des Schauspiels hatte Herbo Ranfel, der meisterliche Kutscher, nach Hilfe auf dem gefährlichen Weg gefragt. So habt ihr euch ihm angeschlossen und seid gen Norden gefahren. An Binsböckel und Werheim vorbei habt ihr Auralet, Walzend und die Galbenburg hinter euch gelassen und seid dann nach Hallingen abgebogen. Die Reichsstraße zu verlassen ist nicht minder gefährlich. Hier warten düstere, knorrige Wälder, tiefe Schluchten und Täler und wilde Gesellen auf euch. Den Gerüchten nach gibt es hier Riesen, Drachen und Goblins. Nachdem ihr drei Überfälle von Mordbuben vereiteln konntet, erreicht ihr nun erschöpft, freiherrlich, trutzburgisch Hallingen. Ein sicheres Dorf im Schatten der Steine mit 500 Einwohnern laut einem Schild. Die Handwerker haben hier Gehämmer und Gesäge eingestellt. Ein paar Knaben räumen die Hinterlassenschaften eines großen Festes weg, was wohl den Spuren nach gestern Nacht gefeiert wurde. Leere Bierfässer und Tische auf den Straßen, Blumen gelanden, flattern im Wind und auch die Wachen sehen noch nicht ganz nüchtern aus. Und so beginnen wir. Runger, das war ein guter Schlag bei den Banditen, aber alles ist jetzt voll Blut. Das war ein guter Schlag. Blut sollte nicht das Problem sein. Spätestens wenn es eintrocknet, kriegt man es leicht wieder raus. Die Banditen haben sich einfach überschätzt. Er hat mich auch fast erschlagen. Aber nur fast. Runger, daran müssen wir noch arbeiten. Du musst lernen, dich zu verteidigen. Ich habe ihn fast getroffen. Also nicht richtig. Also nicht, aber es war fast knapp. Oh, meine Freunde. Ich bin froh, dass ich euch an meiner Seite hatte. Aber hier endet unsere Reise erst einmal. Ich glaube, der weitere Weg nach Rappenstein und Rappenflure wird erst einmal unterbrochen werden. Ich habe gehört, der Kastellan ist eine ganz nette Person. Steigen wir ab. Schauen wir mal, wie es weitergeht von hier aus. Du warst hier auch noch nie, Herbo, oder? Ich war schon immer und überall an jedem Ort. Aber nein, hier war ich noch nicht. Ich habe mir den Ort vorher auf der Karte angesehen und eine gute Route ausgesucht. Ich bin ganz froh, dass es nur drei Räuberlein waren. Beziehungsweise drei Gruppen. Aber hätten wir hier Bauer Rogel nicht gehabt, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Ja. Und die Leute, die mich gerettet haben? Gut, dann, ich steige hier ab. Unsere Reise ist erst einmal beendet. Dann guckt euch ein bisschen um in Halling. Soll wohl ganz nett sein. Da drüben mein Rondatempel und dort Travia. Das sehen mir aus wie nette Menschen hier. Kannst du uns sagen, wo wir hier gut unterkommen können, sobald wir genug von der Stadt gesehen haben? Oder das müsstet ihr mal die Menschen hier fragen. Schaut doch mal, da drüben sind ein paar Wachen. Oder die Knaben, die da drüben das Bier fast wegrollen. Ich dachte nur, dass du schon mal hier gewesen wärst. Äh, kennst du auch die guten Gaststätten. Ne, ne, das muss ich mir auch noch angucken. Ja, ja, Runga, ich denke, du solltest vorgehen. Du bist ja auch der Größte. Und du kennst dich ja aus. Vielleicht. Er kommt aus dem Halt. Also, er wird sich ja auskennen, oder? Der Ort, an dem ich mich auskenne, hat vor knapp 100 Schritt geendet. Dette sind nicht so mein Gebiet. Aber wie schwer soll das dann sein? Ja, so groß ist es, glaube ich, auch. Doch, da stehen noch schon einige. Also, es ist größer als ich dachte. Statt. Ja, Rondat, Travia, mit euch. Was seid ihr denn für Leute? Nun, wir sind Reisende. Wir werden auch Helden genannt. In manchen Orts zumindest. Wirklich? Wir haben gestern für Helden gebeten. Und jetzt kommen sie tatsächlich. Du hast ein Zufall. Einer nach dem anderen schneit hier rein. Einer nach dem anderen? Ich werde euch gleich zum Kassel anbringen. Er ist noch vorbei geschneit. Ein Nivese, der hier vor wenigen... Ich glaube, vor einer Stunde taucht er hier auf. Und was ist dein Nivese? So ein Bleichmann. Also, sowas wie dich habe ich auch noch nicht gesehen. Du bist schwarz und er ist weiß. Ah ja. Aber ich hinterfrag das nicht. Meint ihr vielleicht ein Torwaller? Die sind auch sehr weiß. Sehr groß. Nee, ich glaube nicht, dass er ein Torwaller ist. Keine Ahnung, Mann. Ich bin auch echt besoffen. Tut mir leid. Ihr müsst mal mit dem Kassel an sprechen. Wie gesagt, wir hatten gestern Schlachtfest. Und hatten da dann zu den Göttern gebetet. Und sie haben uns Helden geschickt. Super. Schlachtfest? Wir haben das Schlachtfest verpasst. Das ist ein Schlachtfest. Ja, also manchmal kommt das ganz... Also hier, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch schon an die Stadt. Man, das ganze Stadt, das ganze Dorf kommt zusammen. Und dann oft ein hoher Herr stiftet ein Tier. Das wird geschlachtet. Und dann können alle Fleisch essen. Großes Essen essen. Ja, also manchmal stiftet die Baronin sogar ein zweites Schweinehaut. Dann ist aber immer die Stimmung gut. Das kann ich euch auch beiziehlen. Interessant. Ja, das hatten wir gestern. Wie gesagt, wir haben den den Göttern geopfert. Und Rondra und Travia gebeten, dass sie ihr Helden schicken mögen. Ja, sie haben geantwortet. Sehr gut. Ja, dann, wie gesagt, geht einfach mal hoch zur Burg. Ich glaube nicht, dass ihr gleich direkt mit dem Burgrafen sprechen könnt. Wolfhelm von Pandlerill. Der hat wohl keine Zeit für euch, aber... Der Sonnenfried von Schneidach sicherlich. Sonnenfried von Streitnach. Ist das ein Preiosgeweihter? Der ist der Kacelan. Also der verwaltet die Burg, wenn der hohe Herr Wolfhelm nicht hier ist. Also ist Kacelan so eine Art Verwalter? Ja. Ja, und die passen auch auf die Burg auf. Also so mit Wachen und so. Glaube ich. Wollt ihr jetzt rein, oder wisst ihr schon, worum es geht? Ich weiß nicht, worum es geht. Ja, kommt mal mit. Ja. So könnt ihr dem leicht angetrunkenen Wachmann noch folgen, der über den Burgplatz geht, euch dann nach drinnen bringt, über mehrere kalte Flure, einige Teppiche, die dort noch hängen und das Ganze wohl so ein bisschen vor dem Wind zu schützen versuchen. Aber spätestens, wenn der Wind reinbricht, wird das sicherlich sehr, sehr kalt werden. Das könnt ihr jetzt auch schon spüren. Dann wird die Tür aufgemacht und ihr könnt einen großen Raum erkennen, an dem zwei Männer an einem Tisch stehen. Ein Mann, der hier wohl mit seinem Wappenbrock auch zu den Wachen selber passt und wohl dann der Kastelan Sonnenfried von Schneidach sein soll und eine Person, die hier gar nicht reinpassen scheint. Ein relativ kleiner, weißer Mann mit einem dicken Fellumhang und einem Wolf neben sich. Erunger, siehst du auch den Wolf? Das ist aber mal ein Tier, der scheint abgerichtet zu sein. Wilby Bert, was soll denn diese Unterbrechung? Verzeiht, Herr Kastelan, es sind weitere Helden, die gerade vorstellig wurden. Ich dachte, ich bringe sie direkt zu euch. Das hast du gut gemacht, Wilby Bert. Dann geh bitte und mach die Tür zu. Kennt ihr euch bereits? Ihr drei? Ja. Aber, wer seid ihr? Ich bin der Kastelan Sonnenfried von Schneidach und ich verwahre die Burg in der Abwesenheit von Wolfhelm von Bandlariel. Und dies hier ist Rackio. Werd gegrüßt. Das hier sind meine Freunde Ronga und Bauer Rughol. Wir sind auf dem Weg gewesen, aus dem Süden her und haben gehört, dass ihr hier Helden sucht. Ihr seid gegrüßt. Dieser Wolf, ist es deiner? Hast du ihn selbst abgerichtet? Nein, er ist nicht abgerichtet. Er ist mein freier Begleiter. Ich habe ihn seitdem er ein Welpe war. ein unabgerichteter Wolf an deiner Seite, der immer mit dir rumläuft. Das ist doch gefährlich. Ich sag es mal so, was ihr unter abgerichtet versteht, er ist mit mir groß geworden. Sagen wir es so. Nun, ich glaube, die Vorstellung ist später auf ihrer Heldenreise noch sicherlich einiges an Zeit. Verlangen wir es auch später. Ich habe bereits Rackio erklärt, dass wir eine Drachenplage hier haben. Und wenn ihr von Rondra und Travier gesendet worden seid, dann schließt euch ihm gerne an. Je mehr, desto besser. Drachen. Sehen wir noch auf meiner Liste. Ich finde, wir sollten das machen. Oder, Rogel? Wolltest du nicht schon immer einen Drachen bekämpfen? Ähm, 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 die Drachen waren die Großen, die die Kühe fressen, richtig? Und Menschen. Die mit den großen Flügeln, die fliegen können und Feuer spallen. Ah. Äh, äh, ja. Ja, ja. Stimmt. Was für ein Drachen handelte sich denn? Gab es, äh, Berichte von, äh, Leuten, die den gesehen haben? Nicht nur Berichte. Sie sind über die Hallinger Ebene gekommen, über die Tiefe Ebene. Wir haben die, äh, Gemäuer von Raufberg verloren. Mittlerweile spukt es dort wohl der Rinn. Aber wir konnten sie zurückschlagen. Drei Stück, drei Hohlendrachen. Besonders große Exemplare, besonders alt. Die schon immer in der apathischen Umgebung gelebt haben. Und die sind jetzt ausgebrochen, gebändigt, allesamt. Drei Stück an der Zahl. Alle unter Verena von Mersing gefangen. Und ihren Hexen, ihren Mordbrennern aus Schwarz-Tobhirn. Die Drachenreiterin. Ja, uns wurde schon davon erzählt, dass sie hier ihre Umtriebe treibt. Ja, wir hatten bereits in der Vergangenheit einige Drachentöter hier in der Region. Vor allem im Nordosten von hier gibt es eine alte Ruine, die eine Geschichte erzählt. Aber das ist etwas für später. Wir brauchen euch, um das Seelenband von Tarkrandir zu zerschneiden. Das ist einer der Iren. Ein Höhlen-Drache. Den berichten nach fast tausend Jahre alt. Also, zaubermächtig. Seelenband. Das ist etwas, was unsere Druiden gesagt haben. Wir haben hier einen Druiden, der von dem Seelenband berichtete. Geht zu der alten Höhle von Tarkrandir, wo die Steine verschoben worden sind, und richtet sie wieder auf. Damit ist zwar Tarkrandir doch nicht besiegt, aber seine Zaubermacht wahrlich eingeschränkt. Ein alter Steinkreis, oder handelt es sich? Ich glaube, so kann man es verstehen. Ja, ein Steinkreis vor einer Höhle. Direkt in den Bergen von Gravelin. Vielversprechend. Gravelin. Wo liegt das? Im Osten von hier. Ihr müsst an der Ruine vorbei. Das Spukgemäuer von Raufenberg. Dort ran vorbei. Ihr könnt hier die Überreste der Drachenkrieger erkennen. Und von dort aus leicht in Richtung Norden. Zu den Duttlingern Hoken. Das ist wohl auch in Richtung der nächsten Siedlung Grappenflur. Aber dorthin können wir nicht mehr vordringen. Wir haben gehört, dass die Drachen wohl in Richtung Süden weitergezogen sind. Vielleicht in Richtung der Wurzenwälder. Also nicht mehr unser Problem, aber wir haben trotzdem Angst. Und Hallingen mag zwar eine Trutzburg sein, aber gegen drei Höhlendrachen werden auch wir verlieren. Majestätisch ist hier wie ein Drache unter der Hand eines Menschens. So was darf nicht sein. Ja, und dazu kommt auch noch die Sichtung von Goblins. Alle Hand, die in dem großen, guten Forst sitzen. Und einige Vorstöße in Richtung Süden geragt haben. Sie haben zwar noch nichts getan. Noch nichts angegriffen. Aber gesehen wurden sie in letzter Zeit viel. Also auch vor denen solltet ihr euch hüten. Ich wollte sie schon immer lebendig sehen. Goblins, diebe allesamt. So nicht zu gebrauchen, die Dinger. Was genau sind Goblins? Ist das eine Bande? Diese kleinen Kerle, die Orks immer hinterherlaufen. Sie tragen ihr Zeug für die Waffen. Kleine Wesen, die unsere Tiere immer stehlen und essen. Was? Okay. Ja, unsere Karene, wir haben öfters mit ihnen im Norden zu tun. Sie kommen meistens in Gruppen, klauen uns ein paar Tiere und verschwinden dann wieder. Aber ihr wollt mir sagen, ihr könnt euch nicht mit kleinen Wesen aufnehmen, dass sie gefährlich werden? Ich habe gesagt, sie kommen in Gruppen. Ja, und? Natürlich schlagen wir einige von ihnen zurück, aber trotzdem schaffen es halt manche, sie zu klauen. Besonders, weil du dir überlegen musst, unsere Karene sind in Herden unterwegs. Du kannst nicht jedes Tier einzeln überwachen. Ihr solltet sie nicht unterschätzen, nur weil sie klein sind. Immerhin sind Zwerge auch klein, aber die Kampfkraft, die in ihnen steckt, ist wahrlich groß. Und Zwerge werden resistent sein, Goblins sind schnell. Da ist mir noch kein gefährlich aussehender Goblin über dem Weg gelaufen. Ich möchte nicht, dass ihr sie provoziert. Es sind zu viele und wenn ihr jetzt von Wien welche erschlagt, dann könnt ihr sicher einen Krieg ausbrechen, den wir fahrlich nicht brauchen. Passt also auf, dass wenn ihr nach Gravelin aufbrecht, dass ihr euch vor ihnen hütet. Außerdem, vergesst nicht, alleine sind sie vielleicht schwach, aber kommen Hunde da auf euch zu, dann will ich mal sehen, wie ihr sie alleine besiegt. Also sollten wir vielleicht ein Geschenk mitbringen, vielleicht einen Huhn. Wenn sie doch immer Tiere klauen, haben sie vielleicht Hunger. Und dann ist ein Huhn doch ein gutes Geschenk. Das ist eine gute Idee, Rogge. Warum nehmen wir nicht einen Huhn mit? Den schenken wir dann den Goblins, damit sie uns in Ruhe lassen. Auch wenn ich kaum glaube, dass ein Huhn genug für diese gefräßigen Dinger ist. Wenn ihr möchtet, kaufe ich auch zwei. Aber sie sind doch nicht groß, dann müsste doch ein Huhn pro Goblin reichen, oder? Sie sind aber viele. Willst du jetzt 100 Tüner mitnehmen? Nein, ich habe ja nur zwei Hände. Also zwei, dachte ich. Eins in jeder Hand. Also, ihr habt eure Aufgabe. Ich bin jetzt selber kein Druide und weiß selber nicht, wie dieser Steinkreis aussieht, aber ihr seht mir zaubermächtig aus. Auch wenn ich nicht weiß, wie ihr heißt, aber Namen soll in diesem Fall keine Rolle spielen. Rechte also auf nach Gravelin, hechtet den Steinkreis wieder auf und schneidet die Zaubermacht von Tarkranti ab. Viel Erfolg. Und bevor wir gehen, wollte ich euch noch wissen lassen, dass wir das Gefolge von Baron Travigor von Van Lett sind. Falls ihr eurem Herrn sagen wollt, bei wem er sich bedanken darf. Hm, ein anderer Baron also. Den Namen habe ich noch nie gehört, aber ich werde ihn mir notieren und dem Burgrafen weitergeben. So ist es. Er ist ebenfalls mit uns in diese Stadt gereist. Ihr könnt ihn sicher hier irgendwo finden. Dann werde ich mit ihm sprechen. Habt, danke. Wollt ihr dann jetzt sofort los? Weil da muss ich jetzt noch laufen und die Hühner kaufen. Ähm, wie weit ist denn der Tag schon vorangeschritten? Wir sind müde, ne? Wir waren den ganzen Tag unterwegs, oder? Ja, also ihr habt das ein oder andere Mal natürlich auch gerastet, seid jetzt über mehrere Tage dann hierher aufgebrochen. Ich würde sagen, es ist jetzt zwölf Uhr, also Mitte des Tages. Und ihr könntet auch aufbrechen. Dann müsstet ihr so oder so sicherlich in der Wildnis übernachten. Habt dann eure Wildnisgebäcksachen dabei, Zelte, Schlafsäcke und sowas. Also das wird dann sicherlich sehr ungastlich werden, aber auf das Gasthaus solltet ihr vielleicht noch verzichten. Sollten wir nicht erst hier eine Nacht über verbringen, euer Blut abwaschen, am nächsten Tag losziehen. Ich weiß nicht. Mit Blut befleckt werden wir sowieso, wenn es gegen Drachen geht. Aber aktuell riecht ihr danach. Also meine Klamotten bekomme ich ganz schnell sauber, dann gehe ich kurz einkaufen, zwei Hühner und dann mache ich meine Klamotten sauber. Soll ich euch noch was vom Markt mitbringen? Vielleicht irgendwie ein Stück Brot für jemanden? Ich glaube, wir sollten nicht allzu viel Zeit verschwenden. Außerdem werden wir schon einen Fluss finden, in dem ihr euch waschen könnt. Ich schlafe lieber unter freiem Himmel als in einer Stadt. Die Natur bietet uns alles, was wir brauchen. Der Baron hat mir seinen alten Schlafsack geschenkt. Das ist ja lieb von ihm. Nur sollten wir uns nicht auf Vorräte verlassen. Wir sollten hier unsere Vorräte nachfüllen. Dann gehe ich kurz einkaufen. Wartet ihr hier vorne auf mich? Ich begleite euch. Ihr könnt auch gerne mitkommen. Ich weiß nicht, ob dein Wolf bei den Hühnern so gut ankommt. Ich weiß auch nicht, wie wir es im Allgemeinen bei Hühnern ankommen. Er findet sie zum Fressen gern. Ja, ich wollte dir doch aber den Goblins schenken und nicht deinem Wolf. Ich finde zweimal noch, dass zwei Hühner nicht reichen. Aber meinetwegen, er wird sie schon nicht ein Wasser fressen. Keine Sorge. Das ist lieb von euch. Dann würde ich jetzt aufbrechen und zwei Hühner kaufen. Hey, bleib ruhig. In der Tasche von Ronga, in der Umhängetasche, die er um die Schulter gehängt hat, scheint jetzt irgendwas los zu sein. Ein wenig getümmelt. Bis dieser dann jeder Riemen öffnet und ein kleiner Luchskopf rausschaut, der beängstigt zum Wolf guckt. Und dann einmal wimmert und sich wieder in der Tasche vergräbt. Was bei Rondra. Immer diese Helden mit ihrem Zoo. So, raus aus der Burg jetzt. Ja, bei Rondra. Beim Rausgehen würde man dann auch mal nochmal zu dieser Tasche zeigen und sagen, warum habt ihr ein Tier in eurer Tasche eingesperrt? Ich würde ja sagen, witzige Geschichte, aber sie ist mehr abenteuerisch als witzig. Und seltsam. Und seltsam, ja. Vielleicht etwas für den Weg, denn die ist etwas länger. Rondra hat uns tatsächlich auf diesen Weg geführt. Nun, wir sollten uns eindecken. Alles, was wir brauchen und dann verlassen wir in ein Stunden Glas die Stadt. Ja, irgendwas Besonderes, was ihr noch kaufen wollt und mitbringen wollt. Nee, ne? Nö, einfach Grundunterstattung. Zwei Hühner, das ganz normal und einfach probierend. Ja, zwei Hühner, alles klar. So könnt ihr aufbrechen. Nur eine kurze Rast, die euch in Halling, der Trutzburg, gegeben worden ist. Und mit einigem Winken der Knaben, der Märkte, könnt ihr dann auch verschwinden. Die anderen Helden, die bei euch mit dabei waren, haben sich wohl schon abgesetzt und dort erhalten sich mit der hiesigen Bevölkerung. So könnt ihr beispielsweise Prajodor dort erkennen oder den Baron Travigor. Ihr brecht auf über die Straße, wie der Hügel, die links und rechts aufragen, vor allem zu der linken Seite nach Norden raus, könnt ihr dann die Hügel erkennen und betretet dann wohl die Hallinger Tief-Ebene. Die ein oder anderen Spuren von Pferden, von der Kavalerie, die hier vor einigen Tagen durch den Matsch geritten ist, auch das Wetter ist besonders grau und die sich verhangen ist, die Monate werden kälter und kälter. Der Pryos und der Rondra waren wohl sicherlich sehr dankbar, aber mittlerweile könnt ihr wohl erkennen, der Herbst ist eingezogen und die dicken schwarzen Wolken, die sicherlich sehr bald Regen ankündigen. Ihr seid ungefähr eine Stunde unterwegs, da könnt ihr es über euch in den Hügeln rascheln hören. Das klingt jetzt aber nicht so gut. Ich denke, das ist was für jemanden, der kämpfen kann. Ich glaube eher, das ist für jemanden, der jagen kann. Ich würde mal gucken, ob ich was erkennen kann. Ja, von eurer Position aus in den tiefen Straßen wohl nicht. Da müsste man die Hügel raufsteigen. Sicherlich ein paar Meter Höhenunterschied. Von dort aus könnte man sicherlich einen guten Hinterhalt stellen. Tiere hast du jetzt so nicht erkannt. Vielleicht mal den einen oder anderen, ja so ein Rotpüschel, der dann oben saß und so ein bisschen weggekoppelt ist, dann nachdem man ein bisschen Gras gefressen hatte. Aber ansonsten war wenig Tiere unterwegs. Hochklettern oder so eine Schärfe mal machen? Wie wirst du? Ich würde sagen, ob wir gucken, ob ich was sehe. Und wenn ich nichts sehen würde, kann man immer noch hochklettern. Ja, die beiden Koblenz können gerne mal eine Sich-Verstecken-Probe dagegen würfeln. Und weil ihr genug Zeit hattet für euren Hinterhalt, natürlich eine Erleichterung von, ich sag mal, fünf. Ach, wir werden hier ausgeraubt. Super. Die wollen die Hühner. Koblenz halt. Eindeutig. Ja, da muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ja, Frage geht an dich. Wir haben natürlich einen Schicksalspunkt, den du für eine beliebige Probe hast, um sie neu zu würfeln. Kannst du natürlich halten, wie du magst. Du kannst die Probe ganz neu würfeln oder nur einen Würfel. Ist dir überlassen. Möchtest du einen Schicksalspunkt benutzen oder nimmst du das heuer? Ach, ich nehme das so hin. Das ist jetzt nichts, was lebensbedrohlich ist, glaube ich. Ja, Rackyro, du kannst erkennen, ein Goblin, der dort oben steht und sich in der Nase popelt und euch mit seinen gierigen kleinen Augen anblickt. Goblins sind in der Nähe. Wir sollten aufpassen. Haltet besonders Ausschau nach euren Geldbeuteln. Ich hoffe, es sind nicht zu viele. Ich sehe bloß einen von diesen komischen Dingern und würde auch in die Richtung zeigen, wo der Nase-Problem-Koblin steht. Meint er etwa, wir sehen ihn nicht? Das ist ein Goblin. Das sieht aus wie ein Kind mit einem Fellmantel. Ein komisches Kind mit einem Fellmantel. Deshalb eins von diesen Biestern ist vielleicht nicht gefährlich, aber wir wissen nicht, wie viele noch von denen hier rumkreuchen. Ja, vielleicht ist es eine Ablenkung. Soll ich mal nach dem Goblin berufen? Ich habe ja die Hühner. Da können wir verhandeln. Das ist eine sehr gute Idee. Warum nicht? Lass den den Hühner geben, dann können wir wieder vonstatten. Gut, während die anderen da übers Handeln reden, nehme ich schon mal meinen Bogen raus. Ja, Goggel, Moggel und Grogel, ihr habt die Gruppe von Reisenden natürlich gesehen, wie sie da mit ihren vier Leuten durch die Landschaft stratzen. Unglaublich laut, unglaublich rücksichtslos und kommen dann die Straße entlang, ein bisschen Wind in der Fahrt, an euch vorbei. Was mögt ihr tun?